In diesem Video zeige ich dir, wie du deine WordPress-Website mit dem Plugin Ninja Firewall schützen kannst und so vor Hackerangriffen und auch Bruce-Ford-Attacken sichern kannst. Wie genau die Einstellungen hier zu setzen sind, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bin Nils von webbegeister.de, jetzt geht's los. Die Ninja Firewall ist ein kostenloses Plugin und arbeitet DSGVO-konform. Und deshalb empfehle ich dir auch dieses Plugin und nicht das Wordfans-Plugin, das auch sehr gut arbeitet, aber aus meiner Sicht nur in der Premium-Version, die nicht kostenlos ist. Und darüber hinaus arbeitet die Ninja Firewall noch etwas ressourcenschonender. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eine sehr gute Lösung für die Sicherheit deiner Webseite. Und es ist völlig egal, ob das deine normale Business-Webseite ist, beispielsweise mit Divi oder Elementor erstellt, oder ob du eine Body Boss-Membership auf einer Sub-Domain installiert hast. Du kannst dieses Plugin jeweils nutzen und ganz flexible Einstellungen. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Aber zunächst mal installieren wir im Plugins-Verzeichnis die Ninja Firewall. Dafür gehst du auf neues Plugin hinzufügen und gibst im WordPress-Verzeichnis einfach mal Ninja ein. Und in der Suche scrollen wir hier ein bisschen runter. Und dann haben wir hier unser Ninja Firewall-Plugin. Jetzt installieren und aktivieren. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Plugin auch schon aktiv. Hier links in der Seitenleiste siehst du die Einstellungen. Und bevor wir jetzt weitere Einstellungen vornehmen, gehen wir hier erstmal aufs Dashboard und schauen uns an, wie das Ganze hier aussieht. Da sieht man, dass die Ninja Firewall hier verschiedene Modus oder Modi hat. Und da ist zu beachten, dass der WordPress-WRF-Mode hier noch nicht im Full-WRF-Mode ist. Und das ist eben besser, weil dann eben deine Website schon gescannt wird und geschützt wird, bevor irgendwelche Dinge hochgeladen werden oder geändert werden. Beispielsweise Skripte oder so etwas. Und deshalb sollte man immer den Full-WRF hier aktivieren. Das machen wir. Klicken drauf. Und das Plugin zeigt dir jetzt schon automatisch deine Server-Einstellungen an, die hier richtig sind. Und die würde ich auch so lassen. Und dann werden die Änderungen oder dieser Full-WRF-Mode über die User-Inni aktiviert. Deine PHP-Datei auf deinem Server, in deinem WordPress-Verzeichnis, in deinem Hauptverzeichnis. Und in der Regel ist das auch die User-Inni. Das ist auch Hoster-abhängig verschieden. Das kann auch die PHP-Inni sein. Aber er sagt ja auch, was empfohlen wird. Und im Zweifel, wenn das jetzt also nicht funktionieren sollte auf Anhieb, dann musst du dich nochmal mit deinem Hoster in Verbindung setzen, ob es da noch irgendwelche Beschränkungen gibt, dass du vielleicht die User- oder PHP-Inni-Datei nicht direkt bearbeiten kannst. Aber in der Regel sollte das eben so funktionieren, wie es hier vorausgewählt ist. Und dann kann die Ninja Fireball hier auch die notwendigen Änderungen selber machen. Das lassen wir auch so. Sagen Finish Installation. Und kriegen dann in diesem Fall hier eine Warnmeldung, dass das erstmal so nicht funktioniert. Und sagen erstmal Okay. Und jetzt kann ich dir gleich zeigen, was in diesem Fall zu tun ist. Dann führst du die Änderungen eben selbst durch. Klickst hier auf diesen Punkt. Und dann wird dir angezeigt, welchen Code du in die Inni oder in die User-Inni übernehmen sollst. In diesem Fall in die User-Inni. Den kopierst du dir hier an die Zwischenablage. Und dann brauchst du ein FTP-Programm oder Web-FTP von deinem Hoster. In diesem Fall nutze ich hier FileZilla, das ich sehr empfehlen kann. Und kann damit direkt auf mein Serververzeichnis hier zugreifen. Ich rufe dann die User-Inni-Datei auf, ansehen und bearbeiten. Und genau da füge ich dann eben den bereits kopierten Code ein. Hier unter den definierten Variablen, PHP-Variablen, kannst du den einfach einfügen. Kannst das wieder schließen. Klickst einmal hier runter und bestätigst, dass die Änderung wirksam werden soll. Und jetzt können wir nochmal hier auf Finish Installation klicken. Und dann ist eben auch der Full-WRF-Mode hier aktiviert. Und was ich dir jetzt noch empfehle, ist genau diese User-Inni-Datei, die wir eben bearbeitet haben, zu schützen. Sodass sie nicht mehr bearbeitet oder beeinflusst werden kann. Und dafür brauchst du wieder dein FTP-Programm. Und schaust dir nochmal rein. An der Stelle sehen wir auch, dass die Ninja Fireball hier eigene User-Inni-Dateien erstellt hat. Die brauchen wir nicht. Das sind einfach nur Kopien, die wir nicht brauchen. Können wir löschen. Bestätigen das hier. Und genauso mit dieser hier auch. Die brauchen wir einfach nicht. Und haben ja unsere Haupt-User-Inni hier mit den angepassten Daten. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen hoch und brauchen die HT-Access-Datei. Und die können wir genauso öffnen und bearbeiten. Und da fügen wir jetzt noch einen bestimmten Satz-Code hinzu. Den findest du auch in der Videobeschreibung hier. Der besagt nämlich, dass die User-Inni-Datei nicht mehr geändert werden darf. Und den fügen wir hier unter dem IF-Modul hier hinzu. Per Copy & Paste. Und schließen die Datei wieder. Klicken nochmal auf den Index. Und bestätigen die Änderung der HT-Access-Datei. Ja, jetzt ist die User-Inni geschützt. Und wir können jetzt auch weitere Einstellungen in den Firewall-Options hier vornehmen. Da klicken wir drauf und kommen zu den Firewall-Options. Und hier müssen wir gar nicht viel unternehmen, außer die IP-Anonymisierung für die DSGVO aktivieren wir hier. Und ansonsten können wir hier schon auf Sichern klicken. Hier unten siehst du, dass du noch deine Einstellungen exportieren und importieren kannst. Beispielsweise für andere Webseiten. Sodass die Einstellung nicht jedes Mal neu vornehmen musst. Und wir können hier schon auf die Firewall-Policies klicken. Ja, wir möchten den Schutz für alle Protokolle haben. HTTP und HTTPS natürlich. Und das ist schon so richtig eingestellt. File-Uploads würde ich nicht schützen. Denn dann könntest du keine Bilder mehr hochladen. Und diese Optionen hier sind jetzt durch den WAF-Mod möglich. Und die würde ich auch alle so lassen. Den Cache müssen wir nicht unbedingt sichern. Und hier unten ist dann die Frage, ob denn auch neue User-Accounts geblockt werden sollen. Bei einer normalen Webseite würde ich das machen, an der nur du arbeitest und nicht regelmäßig neue Nutzer hinzukommen. Bei einem Mitgliederbereich, beispielsweise wie einer Body Boss Membership, wo sich täglich neue Nutzer registrieren können automatisch und dort Mitglied werden können, würde ich das genau eben nicht empfehlen. Und hier diesen Blog User-Accounts und das Löschen von User-Accounts nicht aktivieren. Wie gesagt, bei einer normalen Webseite machst du das ansonsten eben nicht. Bei einem Mitgliederbereich und wir gehen hier mal weiter und brauchen noch den Admin, der geschützt werden soll. Diese Einstellung hier brauchst du auch, um die Username zu schützen. Auch in Bezug auf die Archive, die Sitemap, Login-Page, Block-Feed, das können wir alles anhaken hier. Eine API haben wir nicht in dem Fall, das lassen wir leer. Und die weiteren Standard-Einstellungen lassen wir auch so. Hier in diesem Bereich können wir noch den Plugin und Theme-Editor verstecken. Das können wir aktivieren. Dann kann man hier unter Design nicht mehr zum Theme-Datei-Editor, falls du irgendwelche Änderungen an deiner Style-CSS oder an deinen Child-Theme-Dateien machen möchtest, muss dir das bewusst sein. Dann solltest du eben weiterhin über FTP darauf zugreifen und nicht über den Theme-Datei-Editor, der hiermit versteckt ist. Und hier unten wird noch angezeigt, dass du als Administrator hier auf der Whitelist bist, also alles so einstellen kannst, wie du möchtest und von diesen ganzen Blockierungen hier ausgeschlossen bist. Ja, wir speichern und dann haben wir hier noch weitere Tabs, die wir öffnen können. Die Einstellungen hier sind in der Standard-Einstellung aber in der Regel ausreichend. Da kannst du nochmal schauen, wenn du etwas optimieren möchtest. Aber wirklich ausschlaggebend für den Firewall-Schutz sind hier schon die Basic-Policies, die wir gesetzt haben. Und jetzt können wir nochmal hier auf das Monitoring schauen. Und zwar kannst du hier unter Create Snapshot eben einen Screenshot oder Stand der Dinge deines Systems aktivieren. Und ab diesem Zeitpunkt werden also alle Änderungen live aufgezeichnet auf deiner Webseite. Falls irgendwas im Argen ist, von dem du benachrichtigt werden solltest, kannst du das hier aktivieren und das per E-Mail erhalten. Hier, wenn du das auf täglich stellst, dann bist du ganz sicher und kannst dort entsprechend nachvollziehen, ob irgendwelche Änderungen vorgenommen wurden. Und das ist einfach eine sehr gute Methode, die Webseite zu überwachen. Wir speichern das hier und aktivieren zusätzlich noch den File Guard. Das ist nochmal eine zusätzliche Einstellung, die nicht blockiert, aber dich auch benachrichtigt, sobald eine Datei geändert wurde, die jünger als 10 Stunden ist, wie das hier im Standard eingestellt ist. Das speichern wir also zusätzlich noch zur Sicherheit und sehen, dass wir hier dann noch die Anti-Mailware-Einstellung haben. Dafür brauchst du dann den Ninja-Scanner. Das können wir gleich noch anschauen, wie man das installiert. Dann haben wir hier die Event-Notifications. Da, bin ich ganz ehrlich, würde ich das hier ausschalten auf Nein, danke, denn die Ninja-Firewall ist ja sehr kommunikativ und schickt dir schon sehr viele Nachrichten. Insofern kannst du das hier durchaus deaktivieren, denn das macht dann doch zu viel Aufmerksamkeit im Posteingang. Und insofern können wir das hier erstmal außen vor lassen. Hier unten trägst du eben die entsprechende E-Mail-Adresse ein, mit der du benachrichtigt werden möchtest, wenn du das denn willst. Und kannst hier wieder speichern. Und dann haben wir noch die Login-Protection. Das ist auch nochmal ein sehr sinnvoller Schutz für deine Seite, den wir hier aktivieren. Und dann kann man hier auswählen, dass noch ein Capture-Image geschaltet werden soll auf der Login-Seite, dass der Nutzer sich dann hier eintragen muss und das Capture lösen muss, bevor er sich einloggen kann. Und dann kannst du noch aktivieren, ob das immer der Fall sein soll oder nur, wenn die Seite unter Attacke ist. Für Mitgliederbereiche würde ich wieder die unterste Option hier empfehlen, denn sonst sind die Leute vielleicht auch ein bisschen ermüdet davon, jedes Mal hier das Capture zu lösen, bevor sie sich einloggen können. Und bei einer normalen Business-Website nutzt du hier einfach das Always Enabled und wir speichern das einfach mal. Dann schauen wir mal in ein privates Tab, wie das aussieht. Und wir sehen hier, dass wir eben erst dieses Capture hier lösen müssen, bevor wir an die Admin-Login-Daten kommen. Und dann gibt man das hier ein und bestätigt das und dann ist eben auch der Zugang zur Login-Seite hier gewährleistet. Ja, aber wie gesagt, das würde ich halt eben nur nutzen, wenn sich jetzt nicht täglich Leute sich einloggen möchten auf deiner Seite. Und darüber hinaus kannst du hier noch diese PHP-Datei hier schützen und aktivieren. Diese Datei spielt aber nur bei wenigen Plugins eine Rolle, kannst du aber durchaus aktivieren. Und wenn du keine Werbung für das Ninja Firewall Plugin machen möchtest, kannst du das hier noch aktivieren und die Signatur von Ninja Firewall ausblenden, die Änderungen hier speichern. Und dann hast du noch einen ganz wichtigen Schritt dafür getan, dass auch keine Brute-Force-Attacks mehr möglich sind, so einfach für deine Seite. Denn die scheitern dann hier schon bereits in diesem Capture-Image. Und darüber hinaus würde ich noch empfehlen, bei Username und Passwort immer auf den Username-Admin zu verzichten. Denn das sind die Werte, die natürlich die Bots standardmäßig immer testen. Und wenn du das vermeidest, hast du deine Sicherheit der Seite nochmal erheblich erhöht. Ja, und ich denke, wir sind die wichtigsten Einstellungen hier durchgegangen, sodass du sehr gut geschützt bist mit deiner Seite. Und darüber hinaus empfiehlt es sich natürlich zusätzlich zu diesen Firewall-Einstellungen immer regelmäßige Backups zu machen. Dazu habe ich auch ein Video mit WP-Vivid und zeige dir dort, wie du Backups automatisiert erstellen kannst. Und wir wollen nochmal einen Blick auf die Anti-Mailware-Funktion hier der Ninja Firewall werfen. Denn dafür brauchen wir hier den Ninja-Scanner. Den holen wir uns an den Plugins wieder und gehen da auf Installierte Plugins. Suchen wir dem WordPress-Plugin-Verzeichnis wieder nach Ninja. Können hier noch Scanner hinzufügen, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann haben wir hier den Ninja-Scanner. Den aktivieren wir. Und dann haben wir eben die Option, sollte denn der Fall eingetreten sein, dass du dann das Gefühl hast, die Seite ist gehackt worden. Oder du wurdest entsprechend von der Ninja-Firewall benachrichtigt. Dann kannst du hier mit dem Ninja-Scanner, der hier aktiviert ist, und den erreichst du hier über den Ninja-Scanner. Kannst da dann verschiedene Einstellungen vornehmen. Aber eigentlich ist das auch schon sehr gut gesetzt hier, sodass du da zunächst nichts weiter einstellen musst. Gehst hier auf Summary und scannst deinen Blog nach Mailware. Sollte da dann irgendwas installiert worden sein, dann kannst du das hier mit checken. Und das ist nochmal eine sehr gute Ergänzung zur Ninja-Firewall. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es hilft dir weiter. Dann gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit WordPress und deiner Webseite. Bis zum nächsten Mal.